Ich bin gespannt heute Abend, liebe Bayern, und willkommen aus Norwegen. Der Schiedsrichter ist Svein Otvar Mohen. Ihm assistieren Kim Thomas Hartlund und Frank Anders und der dritte offizielle SV Berlin-Württemberg. So Freunde, das ging auf! International in der Champions League der FC Bayern München mit sieben Siegern in Folge. Hier ist die Mannschaftsausstellung besetzt, die Bayern. In Tor mit der Nummer neun, Manuel. Mit der Nummer sieben, Rump. Ribery, Ribery, Wimitsa. Mit der Nummer siebsten, Jerome. Mit der Nummer siebsten, unser Kapitän, Philipp. Mit der fünfundzwanzig, Thomas. Rump. Rump. Mit der siebenundzwanzig, David. Rump. Mit der achtundzwanzig, Holger. Rump. Rump. Mit der dreißig, Lüis. Rump. Rump. Mit der neununddreißig, Toni. Rump. Und die vierundzwanzig, Anna Toni. Timo Stur. Auslösungspieler mit der zweiundzwanzig für das Tor. Jörg. Rump. Rump. Die neun, Mietz. Rump. Mit der zehn, Arjen. Rump. Rump. Die dreißig, Rump. Rump. Mit der 23, Daniel. Rump. Rump. Die 26, Ego. Rump. Und die 33, Mario. Rump. Rump. Jetzt auch heute unter der Dschiedsrichter des Schwanz, die Assistenten, Peter Herrmann, der Tiger, Herrmann Gerrann und unser Chefcoach, Jürgen. Heiske. Scheißneiger. Ja. Ohne Gomez. Ja. Ohne Gomez. Ja. Ohne Gomez. Und sieben, die KFC meiner wünschen und die Klasse. Stopp, 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 stopp. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.